Meine Damen und Herren, direkt aus der Nordstadt, aus Downtown Hannover, hier ist die wilde Bemüschung des Norden, hier zu Sie die Thomas-und-Helga-Show. Brüßt dir bitte die Gastgeber des heutigen Amts, hier sind zu Sie Helga Ratt und Thomas Hermann. Ich habe ja vorweg vor Dittmar spielen dürfen. 30 Leute? Ja, ich heute auch. Das kann Dittmar besser beantworten. Warum? Weil der wohnt in Gavs. Ach, der wohnt in Gavs. Aber sagt jetzt nichts Falsches, ja? Also ich würde natürlich Gavsen wählen, logischerweise. Da musst du ja jetzt. Gavsen ist ja bekannt auch als das Potsdam von Hannover. Da sind wir dabei, da ist niemand, wie war Hannover. Passa, Passa, Hara, Hannover, Hannover. So singt Hannover, singt Hannover, singt Hannover. Das Einzige, was mir bei diesen Songs immer Angst macht, dass ich die Stimme von Dittmar raushöre. Wisst ihr, wer immer überhaupt zu einer Castingshow wollte und nie eingeladen wurde? Dittmar Bachmann. Ja, das stimmt, tatsächlich. Also ich fand ja Boygroups immer richtig, richtig cool. Hab mir alle Singles gekauft, die Texte runtergeladen und die Tanzschritte geübt. Aber bis zum heutigen Tag wollte mich keine Boygroup haben. Awww. Ja, macht nichts, macht nichts. Jetzt hab ich eine Boygroup mit mir selber gegründet. Es hat zwar so leicht schizophrene Züge, aber wir haben eine Menge Spaß, die Jungs und ich. Weißt du was, Dittmar? Du könntest hier runterkommen und uns verdammt nochmal zeigen, was du drauf hast. Ich glaub, das will keiner sehen. Doch! Runter mit dir! Und wir begrüßen heute bei uns in der Thomas und Helga Castingshow unseren Kandidaten. Wie heißt du? Hallo, ich bin Dittmar. Oder muss ich sagen, ich bin der Dittmar? Ja. Damit wir das alles auch verstehen. Ich bin der Dittmar und so. Und du willst in die Boyband? Auf jeden Fall, auf jeden. Also wir haben hier echt drei Leute, die wissen worum es geht. Was ist für euch wichtig? Für mich ist erstmal wichtig, ähm, wie alt bist du? Ich bin eine Würze. Aha. Erinnert mich irgendwie an Familienmitglied, ich weiß nicht. Wir wollen alles von dir sehen. Für diese Boyband, weißt du, musst du alle Styles drauf haben. Oh, c-c-c-c'mon, let's wait. Ich bin der Dittmar. Wir wollen sie wieder sehen. Wir wollen alle zusammen, wenn wir die Gäste ent headset haben. Wir wollen die Gäste und alles sehen. Ich bin der Dittmar. Wir wollen wir schwachen, wir in die Unterkunden! Ja. Wir wollen die Niveau mit dem Fall. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir wollen die Niveau mit der Kiste. Untertitelung des ZDF, 2020